No one creeps on the J-Dog, my niggas! Wir müssen jetzt im Moment ein Auto klauen, wir arbeiten sozusagen für den Autohändler und klauen im Moment für den Autos und so. Und wir sind jetzt hier gerade ein Haus eingebrochen und wir müssen jetzt hier schleichend unten zu der Garage hingehen und das Auto sozusagen klauen und abliefern, ohne erwischt zu werden. Bis jetzt hier am Anfang noch nicht so schwer. So. Das lief doch schon mal gut. Yeah, haben wir geschafft! Am Anfang sind die Missionen noch nicht so schwer. Nee, ich hab jetzt keine Zeit zum Telefonieren. Ähm. Das Fahrverhalten von den Autos ist eigentlich von allen recht cool. Es gibt was Neues, was vorher in GTA 4 oder in anderen GTAs nicht gab. Wow, wo ist das? Was? Scheiße. Fuck. Oh, fuck. Ja. Ja, es gibt was bei GTA 5, was es vorher nicht gab. Und zwar so eine Art Zeitlupe fahren. Das funktioniert jetzt hier bei der Mission. Äh, 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 Mission funktioniert das jetzt gerade nicht. Woher der gerade labert. Aber wenn ihr R3 und L3 gleichzeitig drückt und fahrt ihr sozusagen eine Zeitlupe und wenn ihr jetzt zum Beispiel Verfolgungsjagd macht und irgendeinen Typ auf dem Motorrad fangen müsst, äh, könnt ihr viel schneller und viel besser steuern. Das Fahrverhalten von den Autos ist allgemein besser geworden. Ihr könnt auch verschiedene Charaktere spielen, wenn ihr das noch nicht wisst. Also jetzt am Anfang natürlich noch nicht. Aber ich hatte vorher eine Mission, äh, wo ich einen Hund gespielt hab, der wo ich muss die Fährte von dem Gegner aufnehmen. Und so ihn finden. Das war auch recht cool. Ja, das war auch recht. Das war auch recht. Ich werde zwei Ränsen in den Händen und mache es mir selbst. Man, du kannst nicht für real sein. Ich sehe mich ein verdammt. Man, verdammt mein Leben, man. Fuck. Ich habe das Gunde in deinem Kopf. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ich möchte aussteigen. Hier hinten rein bleibt. Ich glaube, ich weiß, was wir machen müssen. Genau. Geil. Erst schauen wir den anderen. Ey, die Fresse, Junge, hier. Friss Scheiße. Jetzt steuern wir unsere erste, zweite Person. Wenn ihr nach unten drückt, könnt ihr zwischen diesen zwei Personen hin und her wechseln. So. Und dann dreht ihr mitten in deren Leben ein. Was sie eben auch machen. Was machen wir jetzt mal? Wir machen jetzt noch eine Mission. Erstmal nehmen wir jetzt eine richtige Waffe. Hier, das Auto sieht doch nicht schlecht aus. So, jetzt markieren wir uns mal den Weg. Was ist das denn? Ah, das ist mein Kumpel. Ah, wo ist die Mission? Ich zeige euch mal das mit der Zeitlupe. Ich hoffe, es geht jetzt mit dem Auto. Es geht komischerweise nicht mit jedem, nur mit dem schnellen. Ja, genau hier. So könnt ihr halt dann zum Beispiel irgendjemanden schnappen oder ganz schnell um die Kurve fahren. Das ist meistens so um die 15, 20 Sekunden lang. Geht das, also ist nicht jetzt kürz oder so. Ja, super. Perfektive Fahrer. Ja. Ja. Ich dachte, er ist seit gestern, Jungs, seit dem Release. Ich glaube, sie sind hoch. Scheiß auf die Karre! Verpiss dich, Jörg! Boah, du kleine, verflixte Hure. Boah, dieser Mongo! Wofür musst du jetzt dran glauben? Er kriegt mich hircherschweine. Urging citizens to stay alert, afraid, and mistrustful. Und alle hier, wenn ihr euch traut. Gleich haben sie abgehängt. Dann kommen sie wieder. Untertitelung aufgabe. Ach so, ich hoffe! Soll ich rausge, wenn ihr immer flachst... Ich weiß, dass doch alles gut drin ist. Über die Zeit, ich weiß nicht. Und das ist die Zukunft. Ich hab dir diesen Weg zum Verfolgten! Oh, entschuldigt, aber ich bin doch nicht so der perfekte Fahrer hier. Okay, hier waren wir vorher schon. Und warum wird da eine Mission angezeigt? Okay. Okay. Ah, wir sind bei ihm zu Hause jetzt, cool. Ich kann es, was du möchtest. Ich bin wirklich nicht interessiert. Was kann ich für dich machen? Ich bin einfach gekommen, zu sehen, ob das etwas, was ich mit dir helfen kann. Ich sehe, du bist gut für dich selbst. Ich bin ausgewertetert. Bist du nicht ein bisschen jung für die Pipe, die Slippers, und die Schmerzen auf die Sonne? Ich bin in diesem Spiel für viele Jahre alt. Und ich bin auswählen. Das macht mich der richtige Alter. Du bist ein guter Typ. Und wenn du meine Angelegenheiten möchtest, gibst du die Scheiße. Du arbeitest hart, schreierst alle, die du liebst. Hörst, robben, töten indiscriminiert. Und vielleicht, vielleicht, wenn du Glück bist, du bist ein 3-Bit-Gangster. Das ist Scheiße. Geh in der Schule. Und dann kannst du die Leute ausbauen und verdient es. Das heißt, Kapitalismus. Hm. So, was ich gesehen den letzten Tag war, wie wenn ein Schmerzen sich kurz reanimiert und terroriert alle, richtig? Was du gesehen den letzten Tag war, war ein Mann mit Pest. Ich glaube, dass ich mich nie als nur ein Pest war. Ja. Und heute ist alles um die Humilität. Morgen probieren wir ein Trainings-Montage. Ein Trainings-Was? Ja. Ich bin nur in einer 80s-Movie-Fantasy. Ja, ich kann sehen, dass du viel Zeit da bist. Ja, so viel wie ich kann. Also, das ist warum du hier in Vinewood bist, richtig? Vielleicht bin ich hier, weil ich nur ein Idiot bin. Und denkt, dass die Bäume importiert sind ein guter Substanz für nicht wissen, was du hier machst. Jesus, Mann. Du bist ein guter Moment, du kennst das. Ich sag dir was. Ich kann euch das Bier kaufen. Hier ist ein kleiner Bar, die ich mag. Es ist nicht weit von hier. Los geht's. Alles klar, Mann. Ich folge dich. Wir nehmen meine Frau's Auto. Hey, Jim. Ich gehe für einen Drink, wenn... Dad! Scheiße! Ich meine unsere Bode geht über die Westen Highway. Es... Es wurde verletzt. Was? 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 Ich bin wohl in Bordeaux. Ich bin wundervoll. Ich weiß nicht, nicht, aber... Ich brauche Geld. Ich brauche es. Ich möchte, keine Geld. Ich würde es haben. In der Kopf zu verdienen! Es ist in den Augenblick. Ich freue mich. Okay, was habt ihr denn für Waffen? Boah, nur eine Pistole. Oh, bis jetzt nichts. Ich muss sie noch kaufen, aber... Youtube und schnappen wir uns. Well, let's go hier. Wir haben Vollgas. Oh, das war knapp. Ja, immer wenn die labern, geht die Zeitlupe nicht. Super. Irgendwas von Boot geklaut und... ...der Sohn versteckt sich im Klo. Hab ich gelesen. Mein Englisch ist leider nicht so gut. Du musst da immer lesen. Oh, verpiss dich, du scheiß Arschloch. Das ist mein Freund. Das ist mein Freund. Scheiß, das ist ein Klingelessen. Wie kann der Lastwagen so schnell fahren? Du sagst, du wolltest von den besten lernen. So ist das Lässe Nummer 1. Komm, spring rüber! Nein! Ich hasse es, wenn sowas passiert. Ich komme! Gott! Ich verliere dich jetzt! Gib Stoff, du scheiß Kiste! Da sind sie! Ja, dich hab ich, du kleiner Hurensohn! Das ist mein Brot! Wie soll ich denn schießen und fahren? Ja! Hab ich die kleine Schlampe erwischt? Okay! Okay! Now go find Jimmy! Dad? Wait! You're the guy from the dealership! Ja! Ja! Und das ist eine lange Geschichte, Mann! Jimmy! Nein, nein, nein! Ich kann nicht auf die Brot! Ich kann nicht auf die Brot! Fuck! Halt an! Hilfe! 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 Willst duoard hier einfach nur mit dem Sohn ein! Schaut euch das an! Halt dich fest! Nein! Verdammte Kacke! Nur weil ich vorher die Ausfahrt nicht gekriegt habe! Die ganze Scheiße von vorne dann! Leicht ist es nicht! Muss ich schon zugeben! Besonders wenn er mit dem Fahren noch nicht so drin ist! Verpiss dich, du LKW! Oh! 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 Ja, geht doch! Oh, ich hab bloß die Karre ist im Arsch. Scheiß Karre ist im Arsch. Ich hab bloß die Karre ist im Arsch. Oh, das Auto geht nicht mehr. Ich weiß, es klingt dumm, wenn du es so sagst. Aber es ist nicht, aber es ist Teil der Fall. Ich meine, ich will nur dich verpressen. Oh, das Auto geht nicht mehr. Ich finde die Seiten ganz cool. Boah, verpissst du euch? Bleib mir mit dem Home Invader. Ich werde es getan, dog. Kein Problem. DAD! Okay, genug! Hey, Franklin, du hattest mich für eine Karre? Natürlich, Mann. Hey, ich brauche eine Karre, kurz wie du einen kannst. Los Santos Customs, nach dem Flugzeug. All right, danke. 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 Hey, so du, du Munchiati? Nicht mehr. Nein, ich weiß nicht. Before, ich meine, Mann. Nein, nein, nicht wirklich. Diese kleine Scheiße bleibt in dieser room all day, und ich habe nicht mehr andere Leute zu gehen. Ich liebe es zu sehen. Sie sehen? Ja. Ich komme nach der Marina, sitze auf der Knot, mir ein Bier, und sie sehen. Jacqueline. Ja. Ich habe es in meinem Kopf gescheitert. Nein, lass mich drüben. Jacqueline, hm? Vielleicht musst du noch andere Sachen machen, um deine Zeit zu machen. Trüben andere Trüben, Mann. Ja, sicher. Alles klar. Auf jeden Fall. Holt euch GTA 5. Es lohnt sich. Das Game ist so geil. Ihr könnt Flugzeuge fliegen. Ihr könnt Helikopter fliegen. Verschiedene Missionen. Natürlich. Logisch. What you gonna look after? Take what's in my pocket, a couple thousand bucks. That'll cover it, right? So, you sure you're good? Yeah, I got this. Oh, I'm gonna come up front. Get out and walk around. It's okay, I can just climb over. Look, man. I'm gonna get the ride fixed, man. He dropped his back off at your house, along with this dude. This is all good, though, man. You go and get your head right, all right? Alright. Listen, thanks for today, I appreciate it. If you stop back out into the house, we'll talk. You see? Sure, Mann. Hey, sorry we didn't get your boat, man. Ja, komm, Mann, lass uns diesen Whip, Homie! Die Karre richten lassen. Willst du den Whip oder was? Es ist Zeit, um alles zu beginnen. Jetzt kann man nicht mal ein anderes Auto nehmen, weil der blöde Pengel hier mitfährt. Die kleine Ratznase. Den liebsten wir hier umlegen. Was? Oh, das Auto darf nicht kaputt gehen! Ich will mir einen Spaß erlauben! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Ich will die Begeisterung vorne fahren! Alle, die wovorbestellt haben, haben das Atomic Lift-Shift bekommen. Das kann man mit dem Handy dann direkt anrufen. Oder schreibt mir in die Comments, was ihr noch wissen wollt oder was ihr noch gerne sehen wollt. Was ich vielleicht im nächsten Video machen soll von GTA 5. Das ist alles, ich kann sagen! Ich brauche einen Cab als schnellst du kannst. Los Santos Customs, bei der Airport. Alles klar, danke! Danke, Mann! Danke, Mann! Danke, Mann! Danke, Mann! Danke, Mann! Danke, Mann! Ja, ich bin jetzt noch! Das kleine Scheiße steht in das ganze Haus der ganzen Tag. Hey, das ist hier. Ich weiß, das hier. Ich weiß, das hier, Mann. Das Name Hive. Ich bin nachher. Ich nehme was in meine Pachtest. Ein paar,000 Dollar. Das wird verhörter, was? Ich bin sicher, wieder gut? Ja, ich habe das. Ja, ich bin das. Oh, ich bin der Innen. Da geht weg. Das ist okay. Ja, ich werde den Rye fixieren. Man, ich werde den Rye fixieren. Das ist alles gut, aber man. Du gehst deine Hände, all right? All right, danke für heute. Wir kommen zurück nach Hause, und wir reden. Du siehst? So, man. Let's do it, bro. Mama wants a spoiler. Hätte ich doch vorher gleich reparieren lassen. Meine Mama hatte fast so viel Arbeit als meine Mama. Diese Wagen wird so krank, homie. Da ist drauf. Oh, eine Wunschild. Was ist denn nicht mein Auto? Wenn, dann mache ich mein Auto. Nicht sein. Oh, das ist cool als Auto Mode, richtig? Oh, das ist cool als Auto Mode, richtig? Ja. Das ist echt gut, man. Ja! Ja, Mann, ich werde nur mit Jimmy, homie. So, uh, was ist das Problem, Mann? Huh? Du und mein Mann? Ich sehe dich auf dem Auto. Ich habe schon wieder auf die Karte geguckt oder zu spät. Was ist das Problem? Gut, vielleicht haben wir alsüz gut, ihr wisst. Wie, vielleicht können wir alles gemacht haben, wenn wir nicht selber machen können. Wenn wir ihn rausziehen, das ist cool für mich. Ja, dann können wir sehen. Ja, dann sehen wir. Ja, dann sehen wir. Schau, bitte. Ich bin verệnann mein Vater verloren zu deinem Job. Es ist schwer da draußen, es ist schwer. Es ist schwer. Ich meine, ich bin ich für heute im Auftragger und ich Pentateuch. Oho, du hast gut' auch, das war, Mann. Oh, leck mich am Arsch hier. Sorry, Jungs, ich bin nicht so der perfekte Fahrer. Wir können zusammengehen, ja. Ja, ich denke an's, aber... Oder wir können nur mit Schoppen, spielen Darts oder mit unseren Gehäppern, Strip Club, komm, Mann, ich bin echt verrückt. Ja, ich hab deine Fähne, ich brauche, Mann. Aber du kannst mir mal auf deine Popse, all right? All right, Church. Exactly, Mann. Mein Bruder von der anderen Mutter. Ich hoffe, denn meine Mutter war wie eine kleine Schrank im Jahr. Okay, bis zum nächsten Mal. Ja, egal. In der Garage wird sowieso automatisch repariert. Komm du Bitch, das ist jetzt meins. Die Farbe gefällt mir auch nicht so. Ich geh erstmal zum Friseur. Das habe ich noch nie gemacht hier. Wollte ihn mir immer schon mal anschauen. Boah, ne Einbahnstraße. Jetzt habe ich mich voll verfahren. Wo war der jetzt? Bis zum nächsten Mal. Das war's. Jetzt bin ich mal gespannt, was da alles geht. Man kann natürlich auch in der Klamotten kaufen und alles. Der Typ sah ja mega schwul aus. Schön zu sehen. Ja, man kann einen Bart inschneiden, das ist auch krass. Sieht da nicht schlecht aus. Sieht immer ein bisschen härter aus. Die ist gratis. Glatze kostet. Sieht scheiße aus. Das sieht, ist zu krass. Das sieht gut aus. Das war lustig. See you around. Das ist toll. Jaa, Logo! Ich habe immer ein bisschen Bock, Stress mit dem Wohlen zu machen. Komm, du Schlampe! Ich habe mir schön Geld geklaut. Hier bin ich! Fuckin Bullenschwein! Ihr kriegt mich nicht leben, ihr Schweine! Verrecke! Der Heli schießt auf meine Reifen, der Wichser. Am besten in die Berge verpissen. Nein! Er geht nicht raus! Nein! Sie haben mich erwischt, die Schweine. Ich habe gesagt, sie kriegen mich nicht lebend! Wie wird das gekostet? 50 Dollar! Das ist was wert! Und? Wie wird es gekostet? 100! Naja, egal! Also Leute! Wenn euch gefallen hat, was ihr bisher gesehen habt, dann Daumen nach oben und abonnieren! Euer Matrix! Ciao Leute!